Hallo, mein Name ist Marc Bucher-Pfennig, ich bin der Inhaber vom Autohaus Rote. Das Autohaus wurde 1973 durch Heinz-Werner Rote gegründet. Wir sind ein leistungsbezogenes Familienunternehmen und beschäftigen heute über 10 Mitarbeiter und 3 Auszubildenden. Unsere Dienstleistungen beinhalten den Verkauf von Neuwagen der Marken Renault, Dacia und Ford sowie aller gängigen Gebrauchtfahrzeugen. Einem Werkstatt-Service für alle Fabrikate nach aktuellem Service-Standard. Und drittens dem ADAC als Straßendienst mit 24 Stunden Pannenhilfe, Abschlepp- und Bergungsdienst, als Mitgliederservice-Anlaufstelle, als ADAC-Vertragswerkstatt sowie Clubmobil-Auto-Vermietungsstation. Darum lautet unser Motto Autohaus Rote mehr als ein Autohaus. Das Handwerk steht für Qualität.